Einlassmuntil, die erste. Reizt! Einlassmuntil, Einlassmuntil. 53,15. Da geht aber noch mehr drauf, glaube ich. Dann probieren wir es nochmal. Machen wir es langsamer. So. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 15, 15, sowas. So. Den Antrieb müssen wir filmen. Super. Das ist ganz wichtig. Ich frage mich noch, wie der Michi bei mir beim Motor reinpasst, hat er da immer eine Kurve, wenn ich fahren will. Es schaut gut aus. Es ist echt.